Schon wieder, Selena Gomez mit und Nicola unterwegs. Selena Gomez, 30, Brooklyn Pelsbeckham, 23, und seine Frau Nicola, 27, genießen erneut ihre Zeit als Trio. Erst vor wenigen Tagen wurden die drei Stars das erste Mal in Verbindung gebracht, gemeinsam feierten sie den amerikanischen Feiertag Tanksgiving. Kurz darauf wurde die Truppe sogar am Flughafen in Miami gesehen. Jetzt waren die drei erneut unterwegs, zusammengenossen Selena, Brooklyn und Nicola ein Dinner. Wie die Bilder zeigen, die unter anderem Just Jared vorliegen, besuchte das Trio am vergangenen Sonntag ein Restaurant in Los Angeles, für das gemeinsame Abendessen trug Brooklyn ein blaues Hemd zu seiner dunklen Hose. Während sich seine Frau für eine Lederjacke entschied. Die Wolves interpretiert den Welter hingegen ein weißes Wehr zirrt. Dass sie mit einer schwarzen Leggings kombinierte. Ebenso war Selenas kleine Schwester Grazie mit von der Partie. Die 30-Jährige polarisierte jedoch mit ihrem Verhalten einer anderen Freundin gegenüber Anfang November. Die Sängerin sprach in ihrer Doku My Mind & Me offen über ihre gesundheitlichen Probleme, erwähnte allerdings nicht. Dass Selenas einstige BFF-Francher Reiser, 34, ihr vor rund fünf Jahren eine Niere gespendet hatte. Die Sängerin sprach in ihrer Doku My Mind & Meist